Ja hallo, mein Name ist Egon Rostermann, ich bin bei der OMV für Werbung und Branding zuständig und wir sind hier im Lahrbergbad im 10. Bezirk in Wien und drehen den ersten Teil der neuen Doppelentdecker-Kampagne zum Thema Offshore. Mein Name ist Christoph Meixner, ich bin bei der OMV hier in Wien verantwortlich für das Thema Corporate Branding. Das wesentliche Thema der OMV, was tut sie für Österreich, ist die Energieversorgung von heute Morgen zu sichern. Von diesen neuen TV-Spots, den wir hier gerade drehen, geht es darum, dass Kinder die Welt ihrer Eltern nachspielen, also die Tätigkeit ihrer Eltern, die sie für die OMV zum Thema Energieversorgung erbringen. Musik 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 Ja, macht's viel Spaß. Ich muss jetzt da noch einen Text sagen und sonst weiteres weiß ich noch nicht. Musik Musik Wir sind dann noch übermorgen in Tunesien und werden dort den zweiten Teil der Kampagne drehen. Da sind wir dann wirklich auf einer Plattform und werden unseren OMV-Mitarbeiter, der Karriere macht, auf einer großen weiten Welt und das wird dann den zweiten Teil des Spots zeigen. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.